Alle Spiele der Telekom WBL. Nur ihr. Und hier. Und hier auch. Und hier ganz besonders. Nur hier auf Telekom Basketball. Jetzt mit NBA und unserem Eurocup-Spiel. Die Riesenchance, mit den letzten Sekunden das Spiel für sich zu entscheiden. Und dann kam so ein Wahnsinns-Spielzug dabei raus. Hops, auf Paul und der haut ihn rein. 1,3 Sekunden vor dem Engel. 1,3 Sekunden vor dem Engel.